Winzerla ist ein im Südwesten gelegener Stadtteil der kreisfreien Stadt Jena in Thüringen. Lage und Umgebung Winzerla liegt zwischen der südlichen Vorstadt Jenas mit der Winzerla durch die Ernst-AB-Siedlung im Norden. Bestehend aus zahlreichen Reinhäusern, verbunden ist dem Stadtteil Burgau im Osten und dem Stadtteil Gerschwitz im Süden. Südwestlich, jenseits des alten Ortskernes, erreicht man das von Laubwäldern geprägte und von Kleingartenanlagen dominierte Landschaftsschutzgebiet Triesnitz. Wanderer gelangen von der Triesnitz vorbei an weiteren Kleingartenanlagen über einen Anstieg von etwa 270 Metern auf die Hochebene Mönchsberg. Ein Wanderweg führt zum höchsten Punkt in Jenas unmittelbarer Umgebung. In westlicher Richtung unterliegt das Profil Winzerlaß einem ständigen leichten Anstieg. Die sechsstöckigen Wohngebäude werden von Einfamilienhäusern, Garagenanlagen und Kleingärten abgelöst. Unter anderem befindet sich hier das Wohngebiet im Hahnengrund. Westlich der bebauten Zone erreicht man über unbebaute, teilweise landwirtschaftlich genutzte Flächen die bewaldete Zone am Abhang der Ammerbacher Platte. Nordwestlich von Winzerla liegt der kleine Stadtteil Ammerbach am gleichnamigen Gewässer, dessen dörflicher Charakter vollständig bewahrt ist. Geschichte Die erste urkundliche Erwähnung von Winzerlaß erfolgte 1325. Neben dem Weinanbau, worauf auch der Name des Dorfes zurückgeht, wurde hier auch Hopfen für die Bierbrauer in Jena und später auch in Winzerlaß selber angebaut. 1922 erfolgte trotz Widerstandes die Eingemeindung zu Jena. Am 11. April 1945 zerstörten amerikanische Jagdbomber eine deutsche Flaggstellung nahe Winzerla. Dabei fanden fünf Soldaten den Tod, die auf dem Ostfriedhof Einzelgräber erhielten, die jedoch nicht mehr vorhanden sind. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge setzte den Gefallenen jedoch nach der Wende ein Erinnerungsdenkmal. Das generelle Wachstum Jenas und seiner Industrie hatte auch Auswirkungen auf Winzerla. Nachdem die Kaltzeis-Werke in Jena immer mehr Fuß fassten, wurde 1967 der Grundstein für das Heizkraftwerk Jena-Süd gelegt. Der durch das Wachstum des VEB Kaltzeis Jena bedingte wachsende Bedarf an Wohnfläche führte ab 1970 und als zweiten Bauabschnitt ab 1980 zum Bau. Von 5.500 Neubauwohnungen. So wohnten 2006 ca. 11.200 Menschen in diesem ungefähr 5 Quadratkilometer großen Stadtteil. Neuere Entwicklung. Bauliche Veränderungen im Winterhalbjahr 2007-08 wurde der Platz unterhalb des Sparkassengebäudes umgestaltet. Die Arbeiten wurden im Mai 2008 abgeschlossen. Am Ende der schon früher vorhandenen ca. 300 Meter langen Wasserrinne in West-Ostrichtung wurde eine Terrasse mit breiten Treppenanlagen und Bänken, die zum Sitzen einladen, errichtet. Hinter der Terrasse lief das Wasser aus der Rinne über eine kaskadenartige Konstruktion in das Becken des bereits früher vorhandenen Springbrunnens. Mit einer Flößerfigur. Der Brunnen wurde vergrößert und fasst ca. 74 Kubikmeter Wasser bei einer Tiefe von ungefähr 30 Zentimeter. Ende 2011 wurde Winzerla überregional bekannt als der Ort, an dem sich Anfang der 1990er Jahre im Winzerklub die Neonazis Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe kennenlernten. Die später als rechtsextreme Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund des Mordes an neuen Migranten und der Polizistin Michele Kiesewetter beschuldigt wurden. Mundlos und Zeppel stammten direkt aus Winzerla. Am 18. Juni 2000 wurde der Neonazi und spätere NPD-Funktionär Ralf Wohllehm mit 111 Stimmen in den Ortschaftsrat von Jena-Winzerla gewählt. Wo er bis Ende 2002 die Zuständigkeit für den Bereich Jugend übernahm. Wohlleben wird verdächtig, die NSU-Terroristen unterstützt zu haben und befindet sich seit Ende 2011 in Untersuchungshaft. Gliederung Winzerla gliedert sich in den alten Dorfkern um die Kirche, ein Wohngebiet in Fertigteilbauweise errichtet ab 1970. Und ein Wohngebiet in Fertigteilbauweise mit sechs Etagen Wohnblöcken errichtet ab 1980. An dieses schließt sich das Wohngebiet Hanengrund an. Das ab 2000 bebaut wurde, seit Mitte der 1990er Jahre wurden einige Wohnblöcke modernisiert und deren Fassaden farbig gestaltet. Wirtschaft In Winzerla gibt es zwei Einkaufszentren, zwei Jugendclubs und verschiedene Bildungseinrichtungen. Dazu kommen noch zwei Hotels und zwei Seniorenheime. Im alten Ortskern existieren zudem eine Kirche und ein Friedhof. Auf der dem Wohngebiet gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße 88 befindet sich ein kleines Gewerbegebiet. Unter anderem bestehend aus dem Heizkraftwerk Jena Süd, einem Verwaltungsgebäude der Thüringer Energie, dem Hauptgebäude der Stadtwerke Energie Jena Pösneck, dem Freizeitbad Galaxy, einem Sportzentrum und einem Wäschereibetrieb. Das markanteste Gebäude von Winzerla ist das Heizkraftwerk Jena Süd mit seinen 225 Meter und 185 Meter hohen Schornsteinen, welche seit der Umstellung von Kohle auf Erdgas im Jahre 1996 stillgelegt sind. Das Kraftwerk mit einer Leistung von 199 MWEL produziert Elektroenergie, die für das See-on-Netz Thüringens bereitgestellt wird und versorgt das Stadtgebiet Jena mit Fernwärme- und Warmwasserverkehr. Siehe auch, Nahverkehr in Jena-Winzerlau wird im ÖPNV durch die Straßenbahnlinien 2 und 3 sowie durch die Buslinien 10, 12 und 18 bedient. Alle Linien verkehren werktags mindestens im 20-Minuten-Takt. Über die durch Winzerlau führende Rudolstädter Straße ist der Ort in ca. 2 Kilometer Entfernung in Südrichtung mit der A4 verbunden. Nach Norden verbindet der Straßenzug Rudolstädter Straße, Karlaische Straße-Winzerlau mit dem Stadtzentrum von Jena.